Herzlich Willkommen, heute soll es ein weiteres Video über Quantafuel geben, nennen wir es eine Art Update, denn es ist in den letzten Wochen extrem viel passiert. Letzte Woche konnten die Aktien mehr als 32% zulegen, nachdem sie ihre Zahlen präsentiert haben. Am Ende des Videos gebe ich selbst noch eine Einschätzung, wie ich selbst vorgehe und ob ich einen weiteren Nachkauf tätige. Wenn ich weiß, was oder wer Quantafuel ist und was diese genau machen, einfach meine Quantafuel Analyse anschauen, die ich gemacht habe. Aber lasst uns erstmal damit anfangen, warum Quantafuel die letzten Monate davor so gesunken ist, bevor wir über den starken Anstieg der letzten Woche sprechen. Dies hatte schlicht und einfach damit zu tun, dass ein Großinvestor ausgestiegen ist und bei einem so kleinen Unternehmen hat dies eben direkt extreme Auswirkungen auf den Kurs, weil wenn ein Großinvestor raus ist, denken direkt alle anderen auch, es ist vorbei. Zudem war generell die gesamte grüne Branche bzw. die Nachhaltigkeitsbranche massiv unter Druck und aus diesem Grund wollte natürlich niemand mehr Quantafuel kaufen. Natürlich ist das nicht schön, wenn das Unternehmen so viel an Wert verliert, aber das musste man wohl oder übel aussitzen. Zumindest habe ich dies gemacht, da ich bei dieser Aktie für einen sehr langen Zeitraum von mehr als 30 bis 40 Jahren investiert bleiben möchte. Wer aber diese Durststrecke der letzten Monate durchgehalten hat, konnte am Freitag zumindest wieder mal lächeln, denn an dem Tag ist die Aktie um mehr als 21% gestiegen. Doch warum überhaupt? Quantafuel hat ihre Zahlen fürs erste Quartal gemeldet. An dieser Stelle haben nicht die Zahlen überzeugt, sondern mehr der Ausblick. Man muss hier ehrlich sein. Bei diesem Unternehmen geht es im frühen Stadium einfach nicht darum, Gewinne zu erwirtschaften. Es wird einfach alles investiert, was verfügbar ist, um später einen Marktvorteil durch Innovation zu haben. Deswegen sage ich auch immer wieder, unterschätzt hier nicht das Risiko, es ist eben noch ein Unternehmen, was in den Kinderschuhen steckt und kann nicht mit Unternehmen verglichen werden, die eben schon ausgereift sind. Aber kommen wir mal zum Ausblick, warum dieser die Investoren plötzlich so positiv gestimmt hat. Grundsätzlich läuft die Expansion sehr nach Plan und es gibt keine Verzögerung, um in Skive ein Proof of Concept im Quartal 2 und volle Produktion in Quartal 3 zu erreichen. Durch die drei strategischen Partner BASF, VTool und Kirkby und noch ca. 57 Millionen Euro als Cashreserve können extreme Wettbewerbsvorteile gegenüber Mitbewerbern erreicht werden. Was aber gerade mich sehr positiv gestimmt hat, der Green Deal der Europäischen Union benötigt 50% Recycling bzw. Wiederverwendung des Plastiks bis 2025. Gerade dies hatte ich in meiner Analyse angesprochen, dass Europa aktuell sehr unter Zugzwang steht, um eben dies zu erreichen. Auch die mögliche grüne Regierung könnte dies weiter beschleunigen. All dies spielt eben QuantaFuel unglaublich in die Karten. Wir bewegen uns hier einfach auf einem Markt, der in Zukunft noch unglaublich wachsen wird und noch lange nicht ausgeschöpft sein wird. Dies in Kombination mit einem stark wachsenden Unternehmen mit guter, einmaliger Technologie, legt einen Grundstein für ein Investment, was später eine Milliardenbewertung haben kann. Ich kann schon verstehen, warum Bill Gates sich hier sehr positiv geäußert hat. Aber dennoch, es ist ein High-Risk-Investment und man sollte es auch so behandeln. Ich möchte hier nichts schönreden, weil es eben auch ein hohes Risiko gibt. Wir sehen aktuell keine Gewinne und das Unternehmen ist sehr abhängig von ihren Partnern. Fallen diese weg, kann es auch ganz schnell vorbei sein, wenn eben die Ergebnisse oder die Erfolge ausbleiben. So ist das eben. Investitionen müssen sich auch irgendwann lohnen. Wird aber dies geschafft, wird man sich später freuen, hier investiert zu haben. Doch kommen wir zu meiner Einschätzung und meiner Strategie. Ich sehe QuantaFuel als ein Unternehmen, was Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit vereinen kann. Ich bin auch generell der Meinung, dass im Nachhaltigkeitsbereich in den nächsten 10-20 Jahren unglaublich viele neue Technologien erfunden werden, wodurch eben alte Unternehmen verdrängt werden können. Wie eben es aktuell bei den Tech-Aktien ist. Aber das will ich jetzt hier nicht in aller Tiefe besprechen. Was ich zudem nicht ausschließen will, ist, dass es weitere Partner geben wird, die QuantaFuel unterstützen möchten. Falls dies eben passieren sollte, wird sich dies auch definitiv im Kurs widerspiegeln. Meine Strategie sieht hier wie folgt aus. Ich werde eine weitere, etwas kleinere Tranche kaufen, wenn die Aktie wirklich mehrere Tage hintereinander positiv endet. Natürlich würde ich dann kurzfristig meine Rendite verpassen, aber ich möchte auch verhindern, hier ins fallende Messer zu greifen. Zudem sollte ich auch erwähnen, dass ich während ich mir die Präsentation von QuantaFuel am Freitag angeschaut habe, den restlichen Betrag, den ich noch auf meinem Verrechnungskonto hatte, direkt investiert habe. Das waren ca. 100 Euro, aber dies habe ich auch nur gemacht, weil ich eben den Betrag übrig hatte. Über größere Investitionen sollte man sich länger Gedanken machen. Der Ausblick hat zumindest kurzfristig die Investoren glücklich gestimmt, aber nichtsdestotrotz kann sich das Ganze auch recht schnell ändern, wenn in Quartal 3 oder Quartal 4 irgendwas nicht nach Plan läuft. Daher ein etwas kleinerer, weiterer Nachkauf, wenn sich ein Aufwärtstrend bilden sollte und dann wird das Investment erstmal nicht weiter aufgestockt und liegen gelassen. So wird die Position nicht zu groß und möglicherweise war eben die positive Stimmung nur kurzfristig, daher kann ich nicht einschätzen, ob nicht doch noch weitere Tiefs folgen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ihr in Quantofuel investiert seid und was eure Strategie aktuell ist. Schreibt es mir in die Kommentare, ich freue mich immer über einen Austausch. Erfolgreiches Investieren und bis zum nächsten Mal. Ciao. iert Berg iert 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 iert